Ich habe zu Belegen versucht, ich habe zu Erreigen versucht. Der Kabarettist und Sportmoderator Werner Schneider ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er wurde am Sonntag tot in seiner Wohnung in Wien aufgefunden. Nach der langjährigen Zusammenarbeit mit Dieter Hildebrandt in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft war Schneider auch Essayist und Liedermacher.